Lass mal eine Lilien-Karitur machen. Erfahren wir die unbegrenzten Gesichter, die es hier gibt. Das ist das Ziel. Das ist ein Hollywood und da gehen wir jetzt frei. Das ist mein größtes Vorbild. Meins und Kathis Vorbild ist das. Ja, nein, das ist das. Das ist das. Nein, das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das, was sie tut aus John Together, oder? Keine Ahnung. Ich vergesse immer, wie das. Betty Boo. Ich habe das gerade mit dem Bild verwechselt. Das ist unser Vorbild. Genau. Das würde ich auch aussehen. Oh, der wäre so sehr weh. Ich fäll mich genau so hin. So, so. Wir fäll dich so. Wir fäll dich einfach tot. Ernsthaft? Oh mein Gott. Ich fäll dich einfach tot. Ich fäll dich einfach tot. Was machst du so geräusch? Oh, der ist klein, Papa. Ey, ey, ey. Es vibriert, gell? Das ist der größte Dildo, den es gibt. Das ist der größte Dildo, den es gibt. Ja, wir haben jetzt den Hand drückt auf. Und das machst du auch geräuschig, gell? Das verwirrt nicht. Ich habe es eben mit dem Hildo verwechselt. Oh mein Gott. Oh, geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den schenke ich mir selbst zu Weihnachten. Oh, selbst Geschenk machen. Das ist doch voll Style, Mann. Ich schenke mir nix selbst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. Wir sind nicht laut. Nein. Wir sind nicht laut. Oh. Glänzend. Ich liebe diesen Laden. Ich liebe diesen Laden. Ich liebe diesen Laden. Das ist echt so geil. Irgendwann hol ich mir hier einen 100 Euro Gutstein. Oh, der hat einen Anspitzer. Oh, der ist ja praktisch. Nur kann man ihn abnehmen, weil sonst wäre es sinnlos. Das sieht wirklich aus wie ein Dill so. Nächster Laden. Er ist klein, aber dafür dünn. Warte, was? Er ist klein, aber dünn. Oh, ein Donut. Donut? Da hocken die Bombenbrenner. Jammie! Schwedder und Kaddi. Jamm, Schwedder. Und Kaddi, der ist sehr fett. Oh, guck mal, ein Oscar. Ich hab einen Oscar gemacht. Party, irgendwas. Ich verleihe dir diesen Oscar. Bestes Filmredakteurin zum Durchspringen und so. Oh mein Gott, ein Oscar. Deine Haut auf. Aber es ist ein Oscar. Nein, das sieht keiner aus. Ich hab den hellsten Teil hier so. Ah, das sieht aus. Okay, okay, ja. Also, ähm. Soll ich da überhaupt gar keinen Schmerzen einkaufen machen? Nein, 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 nein. Ich kenne das, nein. Da sind 10.000 Leute, die wir nicht kennen. Ja, und das ist jetzt, äh, Klerk, äh, Wuschelkopf, äh, Grünkopf, äh, weiß ich nicht, Lila Haar und äh, äh, Weitestich und davon lauf. Kling! 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 Sag was zu dir! Hallo! Sag was! Kling! Sag was! Nicht tanzen! Nicht tanzen! Sag, dass du, ob dir was freuen willst. Kling! Das reicht mir. Kling! 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 Vass, wass, 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 wass! awf du, dass wass war da fäll, Wannnach? Wann Anat? Wann, wir sind ja SCHLT! Oh, komm mal! Ja, ich darf nicht ansonsten! Ach, weils achten! Du holst dich. Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Ich weiß nicht, einfach man ihn verwirren kann. Guck mal, das ist wie so ein Tier. Das war gerade erodisch. Erodisch. Ja. Mit W? Erodisch. Natürlich. Mit Doppel D. Erodisch. Und das ist ein Bex. 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 Oh, das ist doch fett gerade. Bex. Oh, Nase. Wow. Lecker. Wow, 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 wow. Sauber. Ja. Wollen wir hier Richtung Schlafzimmer? Nein. Richtung Schlafzimmer. Schlafzimmer? Ach so, Schlafzimmer. Also wir beide können auch. Wollen wir nicht einmal rund laufen? Ja. Gehen wir da lang? Ja. Die unerforschten Welten der Stühle. Ja, ähm. Ja. Ganz viele Stühle. Das sind die fleißgekrönten, teuren Stühle für 0,1 Cent. Ja. Ein Baum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann gibt es hier noch in Weiß. Limited Edition. Oh, eine Baum. Eine Baum. Eine Baum, ja. Und das sind eine Engel und so. Und so. Fette Niffi. Da 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 da. Bi-Bab-Babu. Ey, das gibt es doch wirklich nicht. Ja, aber mit Biba. Aber mit Biba, Biba, du. Ach so, ja stimmt. Ja, bei uns hast du jetzt Biba, Bi-Babu. Ja. Piki. Und Boom. Boom. Weihnachtsboom. So. So. Jovrano. Ja. New Yorker. Äh, Leo. Der neue Geschenk-Utein ist da. Uh. Uh. Das ist Leo. Und die ist plötzlich an Fraufeiern. Uh. Na. Was sollte man sich kleinen Kindern zeigen? Wochenende. Oh mein Gott. Ich liebe dich. Abgebracht liebe ich diesen Laden. Ich auch. Okay. Äh. Weiß ich nicht. Boom. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. HM. Meine Mama sagt immer HM. Ja. Das ist HM. Das ist HM. Da ist Rizubri. Da ist Sa. Ja. Wie uns halt. Da ist Lafiana, die man drauf spricht. Ja. Lafana. Oh. Oh, das ist echt gut. Also, ähm. Oh, da muss ich jetzt. Oh mein Gott, die hat kein BH und das muss ich jetzt hin. Oh. Oh, die hat Nippel. Die hat schlechte Nippel. Kann man das anfangen? Oh. 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 Kriss. 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 Apollo Optik. Man sollte da so ein Anti-Shirt davon machen. Ja. So. Wir kommen dem Ende nach. Das hier war Kadis. Sehr. Langsam. Das hier war. Schweders und Kadis. Expeditionen, die die Kadis machen. Ja. Ich hoffe ihr habt sie gelernt. Du. 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 weißt sie immunisierung. Du wirst- غim. So ich lasse du ihn hochladen. Soll ich das Video hochladen? Es geht acht Minuten. Ich lasse einfach so. Ja. Alles drauf. nailsjugendurken. Hey, die wurden gefressen. Oh, diese. Oh. Behe. Das hier war Schweders und Kadis Rezhibitionen durch neuen KB.